Das vielleicht perfekte Reise-Zoom von Sigma, die neue 200-Euro-Mini-Drohne von DJI und neue GoPros. Ich rieche da langsam ein spannendes Q4 für die Welt der Digitalfotografie auf uns zukommen. Praktisch, dass ihr nichts verpasst bei Fotografix News. Hallo und willkommen. Wenn ich diese Woche ein wenig gestresst aussehe, liegt das vielleicht an der IFA. Die findet ja diese Woche statt und falls ihr Lust habt, schaue ich mir auch gerne mal neue Kameraneuheiten an, beziehungsweise schaue ich mich nach neuen Kameraheiten um. Schreibt mir das dann gerne in die Kommentare, ob ihr Lust drauf habt oder vielleicht seid ihr auch selbst da. Und dann freue ich mich natürlich drauf, euch zu sehen. Kameraneuheiten gibt es auch bei unserem Sponsor Fotokoch, eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie. Bei Fotokoch starten aktuell die Summer Deals, bei denen es viele gute Angebote gibt. Unter anderem die Sony A7 IV mit Zusatzakku für 2400 Euro oder die EOS R6 Mark II für 2500 Euro. Alle Deals findet ihr über den Link in der Podcast- und in der Videobeschreibung. Mit dem 28-105mm f2.8 DG DN Art, hier haben wir wieder Sigmar Namen, ihr merkt es schon, hat Sigmar ein spannendes neues Reisesoom für den Sony E-Mount und für den L-Mount präsentiert. Denn das neue Objektiv schafft es mit einem Gewicht von 995 Gramm, ganz ganz knapp unter die magische Grenze von einem Kilogramm. Preislich siedelt der Hersteller die neue Linse hierzulande bei 1649 Euro an. Schauen wir also mal, ob der Preis nicht ein bisschen zu hoch angesiedelt ist. Konstruiert ist das 28-105mm aus 18 Linsen in 13 Gruppen. Zwölf Blendenlamellen sollen dann für ein besonders rundes Bokeh sorgen. Und Überraschungen, insgesamt soll es eine durchgehend exzellente Bildqualität geben. Die Konstruktion des Objektivs ist insgesamt aber durchaus aufwendig. Ein Staub- und Spritzwasserschutz sprechen ebenfalls für ein Premium-Objektiv. Das Filtergewende beträgt wie etwa auch bei dem neuen 24-70mm f2.8 Art der zweiten Generation 82mm. Mit einem Durchmesser von 88mm und einer Länge von etwa 16cm ist das neue Objektiv aber insgesamt 5cm länger als das neue 24-70mm. Ein HLA-Autofokus soll zudem laut Herstellerangaben schön leise und zuverlässig sein. Für Filmer gibt es zudem minimales Fokusatmen und einen Blendenring mit D-Click- und Lock-Funktion. Mit einer nahen Stellgrenze von durchgängigen 40cm schafft das Sigma zudem auf einen Abbildungsbarstab von 1 zu 3,1. Erhältlich ist das 28-105mm f2.8 ab September, also in den nächsten Wochen. Findet ihr den Preis gerechtfertigt? Schlagt ihr direkt zu. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Mit einem Gewicht von nur 135g, einer Flugzeit von bis zu 18 Minuten und einem Preis von gerade einmal 199€ hat DJI endlich die neue Neo vorgestellt. Dabei möchte der Hersteller eine möglichst günstige, kompakte und unkomplizierte Kameradrohne an den Mann und auch an die Frau bringen, die immerhin stabilisierte 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann. Alternativ kann der Bildsensor mit seinem halben Zoll in der Diagonale Fotos mit 12 Megapixeln aufnehmen. Für unabhängiges Film bietet die DJI Neo verschiedene Verfolgungsmodi. Etwa kann sie permanent um das Motiv kreisen oder die Kamera nach unten drehen, während sie dann vertikal in die Luft steigt. Trotz der autonomen Funktionen ist die kleine Drohne über die Fly-App fernsteuerbar, kann über die optionale Fernbedienung gesteuert werden und bietet sogar eine Kompatibilität zu den DJI-Goggles und zu der FPV-Fernsteuerung. Eine Sprachsteuerung integriert DJI ebenfalls. Wo müssen wir Abstriche machen? Die Bildstabilisierung erfolgt nur über einen einachsigen mechanischen Gimbal und die Geschwindigkeit ist mit maximal 16 Metern pro Sekunde im manuellen Modus nicht allzu hoch. Lässt man die Kamera selbst fliegen, dann sinkt der Speed sogar nur auf 6 Meter im normalen Modus und auf 8 Meter pro Sekunde im Sportmodus. Den internen Speicher von 22 Gigabyte kann man zudem nicht über SD-Karten erweitern und für die Audioaufzeichnung müsst ihr entweder ein Smartphone oder das DJI-Mic 2 verbinden. Der internen Speicher beträgt 22 Gigabyte. Alle weiteren Infos erfahrt ihr über Jonathans News in der Podcast- und in der Videobeschreibung. GoPro führt eine neue Action-Cam ein, die den Namen Hero trägt. Dazu launcht man, wie bereits in Gerüchten vermutet, die GoPro Hero 13 Black. Schauen wir uns beide mal ganz, ganz kurz an. Die neue GoPro Hero kostet nur 230 Euro, ist 35% kleiner als das Black-Modell und mit einem Gewicht von 86 Gramm auch etwa 46% leichter. Trotz des kleineren Formats nimmt die Kamera aber Videos in 4K und Fotos mit 12 Megapixeln auf. Platz findet GoPro zudem für einen 1,76 großen Touchscreen auf der Rückseite und eine einzelne Taste im Rahmen des Gehäuses. GoPro-typisch ist das Gehäuse zudem für Tiefen in bis zu 5 Metern wasserdicht und garantiert einen Betrieb bei Temperaturen von minus 10 bis 35 Grad Celsius. Die Hyper-Smooth-Videostabilisierung lagert GoPro allerdings in die hauseigene Quick-App aus. Schauen wir uns die Videospitzige-Version zudem ein wenig genauer an, dann finden wir weitere Rückschritte im Vergleich zu den aktuellen GoPros. 4K nimmt die Hero nur mit 30 Bildern pro Sekunde auf und 720p in 60 Bildern pro Sekunde. Der fest eingebaute Akku, den man dann über USB-C laden kann, hält aber immerhin 100 Minuten lang bei den höchsten Videoeinstellungen durch. Ihr neues Action-Cam-Flaggschiff hat GoPro ebenfalls vorgestellt. Für die Hero 13 Black müsst ihr dann aber allerdings schon 450 Euro einplanen. Dafür gibt es hier 5,3K Videoaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde und Slow-Motion-Aufnahmen mit bis zu 13-facher Verlangsamung für HD-Videos mit 400 Bildern pro Sekunde. Videotechnisch wartet das neue Black-Modell zudem mit 10-Bit-HDR-Aufnahmen und HLG auf. Die Hyper-Smooth-Technologie zur Stabilisierung von Videos ist zudem direkt in die Kamera integriert. Ebenfalls verbessert wurde die Leistungsfähigkeit des Enduro-Akkus, der jetzt 10% mehr Laufzeit bietet. Dadurch sollen 2,5 Stunden Videoaufnahmen bei Full-HD in 30 Bildern pro Sekunde möglich sein. Mit der Hero 13 Black findet GPS zudem wieder Einzug in die beliebte Action-Cam-Serie. Beim Vorgänger hatte GoPro die Funktion herausgenommen und dafür einige Kritik geerntet. Zusätzlich zur Kamera launcht GoPro zudem ein Ultraweinwinkel, ein Makro sowie ein Anamorphos-Cine-Objektiv als Zubehör. Zudem gibt es ein Set mit ND-Filtern in vier verschiedenen Stufen. Wollte ich zuschlagen, sind beide Kameras ab sofort vorbestellbar und ab dem 10. September erhältlich. Heute am Aufnahmetag von Fotografics News habe ich mir das Video von Gerald Undone auf YouTube zur Canon EOS R5 Mark II angeschaut. Darin lobt der YouTuber die Kamera in fast jedem Aspekt und zeigt sogar endlich mal den Batteriegriff mit internem Lüfter. Während ihr euch das Video wirklich gut empfehlen kann, muss ich allerdings Zuschauer mit Kaufinteresse ein wenig enttäuschen. Denn Canon Japan hat am 29. August den Lieferstatus aktualisiert und so sollen es jetzt mehr als sechs Monate sein, die man auf die neue Hybrid-Kamera von Canon warten muss. Begründet wird die lange Wartezeit mit einem höheren Andrang als erwartet und mit Beeinträchtigungen bei der weltweiten Ersatzteilversorgung. Canon spezifiziert aber, dass die Wartezeit sich nur auf neu eingegangene Bestellung bezieht. Habt ihr die EOS R5 Mark II also schon vorbestellt, dann könntet ihr sie deutlich früher erhalten. Bevor ich mich gleich auf den Weg zur IFA mache, noch ein Gerücht zur Fuji X-Pro4. Zwar gibt es nach wie vor keine offizielle Bestätigung von Fuji, dass die Kamera erscheint, allerdings soll sich jetzt eine zuverlässige Quelle von Fuji Jumos zur X-Pro4 geäußert haben. Demnach soll die Kamera mit einem verbesserten Hybrid-Sucher erscheinen, falls ihr diese Besonderheit von bisherigen X-Pro-Modellen und auch einigen weiteren Fuji-Modellen nicht kennt. Hierbei kann man zwischen einem elektronischen Sucher und einem optischen Sucher mit Einblendungen umschalten, während die Technologie zum Retro-Gefühl der Fuji-Kameras durchaus beiträgt, ist die Vergrößerung und die Qualität aktueller EVFs in Systemkameras aber deutlich überlegen. Spannend also, ob Fuji je nachbessern kann und auch spannend, mal ein Gerücht zur X-Pro4 zu bekommen. Und damit muss ich jetzt wohl oder übel aus meinem halbwegs kühlen Studio in den Backofen, den Berlin in diesem Jahr Sommer nennt. Falls es jemandem aufgefallen ist, dass ich zusätzlich zu dem Podcast-Mikrofon noch ein Ansteck-Mikro trage, das hier ist ein kleiner privater Test, da ich das Mikrofon für einen Auftrag brauche. Für diesen Absatz habe ich aber mal, weil ihr bestimmt auch alle interessiert an solchen Dingen seid, den Ton vom Rode Wireless Pro reingeschnitten. Ist euch ein Unterschied aufgefallen? Wie findet ihr die Qualität? Auch gerne unten in die Kommentare. Kein Unterschied gibt es nächste Woche, denn da scheint die nächste Ausgabe von Fotografics News ganz wie gewohnt. Also schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch die neue Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abonnement da. Und damit würde ich sagen, auf Wiederhören.